Hallo, da sind wir wieder. Ich bin Minecraft und wir erzweigen euch heute das Monster Creeper. Ja, eins der krassesten Mops, habe ich gehört, denn es macht Kamikaze. Und es kann sich ziemlich gut an der Schran schleichen, weil es macht keine Geräusche. Jo, außer wenn es mal explodiert, dann hört man kurz Bumm und dann bist du weg. Es ist komisch, sie können Leitern raufklettern, obwohl sie keine Ärmel. Ja, das habe ich mal bei mir erlebt, weil in meinem Haus hat mir gerade Porkchop gekocht. Und da kam er auf einmal rein. Ich habe gesehen, wie er die Reiter rauf geklettert ist, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und da macht er mal Tsssss und danach kracht Bumm und da war er stolz. Ja, wir zeigen euch mal vor. Kommt er zu nahe, dann macht es ungefähr so. Und dann passiert das. Also wir können euch nur einige Tipps geben. Passt immer hinter euren Rücken auf, denn sie schleichen sich gerne an. Und man kann sie erkennen, also man hört sie, wenn sie Tsssss machen. Kurz bevor sie explodieren. Er tönt ein Ssssss. Punkt, 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 Punkt. Ja, das war dann alles. Also merkt euch die Creeper. Das sind krasse Mops. Hasse sogar ich. Ja. Und wenn man sie tötet, lassen sie Gunpower. Nein, Gunpowder. Oder Power, was auch immer. Lassen sie fallen. Und damit kann man dann TNT erzeugen. Tschüss. Tschüss.